Hallo liebe Donuts, hier ist eine Frage von uns an euch und zwar wie kamt ihr eigentlich auf diesen beschissenen Beendnamen? Und der Ingo, was privat ist, wie geht es eigentlich in seinem Bodenhochstand? Liebe Ichis, schönen guten Tag, der Ingo von den Donuts hier. Ich habe mich sehr über eure Frage und euer Interesse gefreut. Woher kommt unser Beendname? Nun, der langen Rede kurzer Sinn, wir waren dumm und wir brauchten das Geld. Ich freue mich sehr darauf, euch in diesem Sommer auf ein paar Festivals zu sehen und was meinen hohen Umstand angeht, da geht es mir schon viel besser. Meine Frage an euch, wann kommt denn endlich euer letztes Album? Ich freue mich da schon so drauf. Tschüss!